hallo herzlich willkommen im löwenzahn fanclub ja schon lange nichts mehr von uns gehört aber so ist das manchmal ja wir basteln ja noch in unserer neuen webseite und deswegen gibt es dann noch nicht so viele neue news diesmal auf diesem wege es gibt ein neues gewinnspiel und zwar ihr könnt noch löwenzahn classic tassen gewinnen zwei stück habe ich zum verlosen was ihr dafür tun müsst ist ganz einfach zeichnet uns einen paar schulke schickt uns den per e mail per facebook nachricht oder per post und unter allen einsendern einsendungen so ist natürlich besser unter allen einsendungen verlosen wir zwei löwenzahn tassen das sind die medikassen kennt man ja und ansonsten gibt es noch eine löwenzahn premiere jetzt am 27 5 fallschirm heißt die folge und schaltet ein es ist eine premiere vom letzten jahr derzeit wenn der neue folgen gedreht die sehen wir dann wieder im oktober und ich werde versuchen auch wieder ein set besuch zu machen um euch davon mal zu berichten also das war es erstmal von mir denkt dran löwenzahn fanclub gewinnspiel zwei löwenzahn tassen mit dem lieben peter drauf gibt es zu gewinnen was ihr dafür tun müsst ganz einfach zeichnet uns ein paar schulke oder klebt ihn oder bastelt ihn oder man weiß es nicht ich freue mich auf eure kunstwerke und alle kunstwerke egal ob ihr gewonnen habt oder nicht alle kunstwerke werden helmut kraus persönlich übergeben ok gut und am 27 5 auf zdf tv einschalten premiere von löwenzahn folge fallschirm und die löwenzahn klassik starten wieder mit peter lustig genau also einschalten und ich drehe jetzt noch eine runde bis dann bis dann